Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moment mal, Diabetes Typ 1, was ist denn das überhaupt? Diabetes ist eine unheilbare und lebenslange Erkrankung, die immer häufiger vorkommt. Aber sie ist nicht ansteckend und die Betroffenen sind weder geistig noch körperlich eingeschränkt in ihrer Leistungsfähigkeit. Wir haben den Ball! Ich habe der Schule den Tipp gegeben mit dem Workshop. Die haben sich direkt an die Diabetiker Baden-Württemberg gewandt und dann kam das Ganze ins Rollen. Das hört sich echt toll an und wer konnte dann da alles dabei sein? Da waren alle Lehrer dabei und mir als Eltern waren auch mit dabei. Und das Beste ist, die sind direkt in die Schule gekommen und die Lehrer sind jetzt informiert über den Umgang mit dem Diabetes. Und es hat euch total was gebracht dann? Ja, also war total unkompliziert. Perfekt, ist nur zu empfehlen. Übrigens, Manelucha ist der Schirmherr dieses Projekts und Diaschulisch wird vom Ministerium für Soziales und Integration unterstützt. Diabetes bei Kindern? Kein Problem. Mit unserem Workshop Diaschulisch können Sie den sicheren Umgang mit Diabetes einfach vor Ort erlernen. Erfahren Sie mehr über Fachbegriffe und praxisnahe Inhalte. Gewinnen Sie die Sicherheit, rechtzeitig Symptome zu erkennen und die richtigen Schritte einzuleiten. Einfach anmelden unter www.diabetiker-bw.de slash diaschulisch www.diabetiker-bw.de